Also, Matta für dich, den Killer, den der Joey jetzt spielt, das ist eine Hexe, die kann in den Boden so Dreiecke ritzen. Nur wenn du sneakst, kannst du da durchlaufen, ohne dass die Falle aktiviert, weil sie kann sich dann sofort zu dir porten. Also, in dem Fall eher. Nicht über die ganze Map, aber außer ihr habt dafür einen Addon dabei. Vielleicht habe ich auch einen Addon dabei, dass ich das überhaupt nicht kann. Das ist auch möglich, dass die Fallen uns einfach nur beim Duseln sollen. Glaube ich aber nicht. Warum sollte sie da betreten? Wer ist da gerade neben mir? Es gibt auch einen Zusatz, da macht sie eine Attacke, statt sich hin zu deportieren. Dann schlagen die um. Was sein kann, ist, dass wir jetzt gleich Haunted Grounds haben. Ne, haben wir nicht. Da ist was exportiert. Kann das Wohnen? Ja. Da hat einer mein Ding weggemacht hier. Ich sehe da hinten, wie der malt auf dem Boden. Hallo. Ah, hallo, Matta. Hey, lass mich leben. Ich bete dich an. Du alles. Hast du bereitet dich? Ich ja. Ah, du kannst da ja auch korrektieren. Ich sehe die Klederspade. Äh, ja, ich habe ihm gesagt, dass er das mitnehmen soll, weil er irgendwas machen wollte. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du den Killer nerven willst, mach Genwash. Okay, ich sehe gerade, ich weiß, wo drei Two-Times sind. Finde ich gut. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Das ist mein Erfolg des Tages. Naja, ich habe aufgelassen. Ich weiß, wo der Keller ist. Äh, Keller ist. Ich weiß auch, wo der Keller ist. Der Killer-Hitschler, glaube ich. Äh, ja. Und ich weiß auch, wo die Heck ist. Äh, Jakob, hast du das gesehen? Was? Hast du Joey nicht gesehen? Nein, wo? Hey, der ist gerade neben uns einfach langgelaufen und der hat uns nicht gemerkt. Nicht gesehen. Was passiert? Hey, ich bin grad so schlecht. Ne, habe ich nicht gemerkt. Hast du mich schon wieder verloren, Junge? Nö, ich habe aufgelassen. Oh, yes. Weil nur zum Ende hinnehm ich dir hinterher, weil ich weiß, dass dann keine Paletten mehr da sind. Äh, also Leute, bitte mir Paletten am Ende überlassen. Danke. Nein, Mann, du, es war doch fast so weit. Ich hab doch gehört, dass da jemand was wegnehmen will hier. Äh, Leute, der will mich auch zeigen, ja? Ja, du, ähm, nicht mein Problem, ne? Würde ich mal ganz gut sagen. Hallo? Ja, kann man nicht sagen. Oh, der M halt nicht bei mir hin. Und Marc, du kannst mich gleich retten, komm. Ach. Ich weiß, dass du es bist. Ich hätte dir schon fast gesagt, ach, hab ich ja komplett vergessen, aber dann hätte ich ja im Online dann auch nicht gemacht, weil ich dann vergessen hätte. Abfahrt. Willst du mich nicht heilen? Nicht so fast. Komm hier hin. Wo bist du? Hier. Hinter dir. Ah! Okay. Ich kann mich einmal ganz kurz selbst. Okay, dann mach ich mal. Wo kommst du denn jetzt her? Ich hab doch alles im Blick gehabt hier. Ich weiß, aber ich kann mich auch so durch die Fall teleportieren. Warte, ich bin hier. Ah, du machst das. Okay, gut. Das ist halt das, damit ich mich dann probieren kann, so. So. Ja, ich spiele gegen Gewalt, deshalb. Und wir haben nur noch ein Totem auf der Map. Cool. Hast du auch Niederwild? Ja, ich hab Niederwild, ich hab, ähm, gegen Gewalt, und ich habe inneren Kraft, genauso wie das letzte, womit ich halt alle Trunen Jensen zu sehen, sobald ein Jensen macht würde. Äh, achso, da sind meine... Okay. Daher, ich weiß, wo das letzte... Äh, geht einmal nach von euch, ihn einmal wohl. Ja, ja. Hat sie bei dir gekritzelt auf dem Boden, Rata? Ja? Jo. Komm durchs Gras. Ne, sorry, ne. Oh ja nicht, ne? Ah! Was ist jetzt? Das muss ich mal hattig gemacht. Äh, jetzt musst du zwischenzeitlich Skill-Checks tun. Sneaken, sneaken, nicht rennen, nicht rennen, nicht sneaken. Und hier weglaufen, gehen. Komm mal hier hin, in die Palette. Dann heil ich dich mal schnell. Das sind ja Kratschspuren hier. Wo führen die denn hin? Das könnten meine sein. Nicht zu oben. Äh, zieh die Palette! Hab ich! Renn! Renn einfach weg! Da geht Eva, wahrscheinlich mir hinterher. Entschuldigung, abgeschmiert! Äh, nö. Der hat keinen Bock auf mich. Äh, läuft eher hinter mir hinterher. Was macht er denn da kaputt gerade? Was macht er denn da kaputt gerade? Hä? Achso, ist er gerade irgendwo hin? Er ist gerade stehen geblieben. Ne, er ist gerade einfach nur stehen geblieben. Er ist hier hinterher. Ich gerade zu mir teleportiert. Ne, ne, er hat sich zu mir teleportiert. Okay, ihr habt uns gesehen, dass er am Boden verschwunden ist. Ja, ich hab's gehört. Zu dir. Zu mir, ja. Ich bin wichtiger als ihr. Ne. Äh, du kannst weiterlaufen, Martha, und den nächsten Gen suchen, der ist fertig jetzt. Ja, und der nächste Gen. Okay, wir haben es euch gefühlt, Gen. Ich hab euch gar nicht gesehen. Wieso habt ihr mich denn gesehen? Äh, wir saßen an dem Gen. Äh, läuft mal da in die Richtung, weil... Mit dem Perks. Mit dem Perks. Mit dem Perks könnte ich es anfangen. Da ist relativ weit gewesen. Und ich mach kurz mal. Hi, Joey. Kommst du zu mir? Au! Ne, doch nicht. Weil ich mach kurz das letzte Totem weg. Ganz ehrlich schon. Geh doch da hinten an den Gen. Nein, nicht der Gen. Da. Der ist schon fast fertig. Ja, dann setz ich mich da jetzt dran. Äh, ja, okay. Letztes Totem ist gemacht. Komm mal mit. Gut, Martha. Und ihr mich auch? Okay, das muss dann... Äh, was? Joey, ich will nur sagen, hier sind noch ein paar Paletten direkt in der Nähe, ne? Schön für dich. Ich hol ja, komm, ne? Äh, Martha wurde wieder gefahren. Ja, gut. Gut, Palette gezogen. Wir kommen heute hier in die Richtung, aber nicht schlimm. Ne, Joey. Nicht so einfach. Äh, ist Killercheck gezogen. Okay, er hat von mir abgelassen. Oh, ja, er ist nicht. Gut, dass du mich gehillt hast. Übrigens ist ich am Proof der Krankenschwester dabei. By the way. Okay, ich weiß nicht, wo der andere Ausgang war. Äh, ich weiß, wo beide Ausgänge sind. Ist irgendeiner schon offen, so ein bisschen? Äh, ich neine, ich neine jetzt gerade einen, aber... Nee, der steht hier bei einem Ausgang, also... Wo der eben weiter war, oder der andere? Äh, da, wo wir jetzt in den letzten Gen gemacht haben. Den... Okay, dann komm ich mal wieder zurück. Da in die Richtung ist, glaub ich, Jakob auch gelaufen, oder? Ich weiß nicht, wo ich hingelaufen bin. Äh, ne, die Heck ist hier. Ich hab mich verlaufen. Nö, äh... Ja, komm, gib mir den einen mit, danke. Damit komm ich bis zur nächsten Palette. Oh Gott, lauf, lauf, lauf! Ich hab mich verlaufen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen! Also wenn ihr raus könnt, dann geht raus, ne? Ja, der, der kämpft hier von dem Tor aus... Der kommt aus dem Boden. So, warte. Ich zieh mal hier, äh, stell dich mal bitte... Wobei, du hast, glaub ich, nicht dabei, egal. Äh, wir müssen Jakob noch... Hä? Dolph, falsche Seite gesprungen. Du musst mich retten. Ich bin noch da. Ich hab mich noch verlaufen. Ach, du bist bei mir. Ich hab mich noch verlaufen. Ach so. Ich hab euch gefunden. Ja, soll wir raus, oder? Ja. Wir können rausgehen. Lass mal dich noch halten, hier. Scheiße. Also, auf der Playstation war schon einiges besser, da hab ich aber auch... Mich nicht auf die CD-Pod-Fähigkeit belassen, sondern hab normal gespielt. Ja, dann gehen wir raus, und er geht durch die Heck. Hältst du nicht Heck. Hältst du nicht Heck. Hältst du nicht Heck. Ja. Okay. Aber ich hätte doch da ein Zeichen hingemalt. Oder nicht? Vorhin. Äh, mit einer Taschenlampe kann man das Zeichen wegmachen. Das weiß ich gar nicht. Wieso hab ich nur 1376 Selbstlosigkeit? Du kannst jetzt theoretisch Mark zuschauen, aber der springt jetzt gleich in die Luke rein. Ja, so ich will ja noch, dass er weiß, wo ich bin, ne? Ja. Ah, zuschauen. Ach so, was ist das? Dann siehst du jetzt, Mark. Mal gucken, ob Joey da jetzt hinkommt und sich zeigt. Ich bin nicht gefühlt. Ich hab doch grad eine Palette geworfen. Ach so. Ich hab gar nicht gemerkt. Ich dachte, du kriegst eigentlich ne Explosion als Benachrichtiger. Ich halte aber auch grad die Augen auf, ich sehe nicht ganz. Kannst aber auch über die Palette schnell rollen und dann... Ja, dann muss aber in der Nähe sein dafür. Hat er es gesehen? Hast du es gesehen? Nö. Ja, okay, dann schluss. Äh? Kann halt nicht, Joey. Hast halt Misch gehabt. Ja. Ja. Hm, okay. Also eins, was mit den Zusätzenspiele schien, dann haben wir ja zur Scheiße. Und was hattest du denn? Ja, Huren war halt von Anfang an weg. Ne, Zusätze. Nicht, nicht, nicht Zwecke. Ja, ich guck mir aber auch grad die Prax an. Ähm. Ja, guck mal, wenn wir was zuspielen würden, wie wir online spielen würden, dann würdest du ja auch kein Totemjagd gehen. Weißt du, was du meinst? Äh, wieso hast du auch makelloser, äh, Stofffetzen und, äh, blutigler Stamm gespielt? Die Kombi ergibt keinen Sinn, weil du schon mit dem einen halt überall hin teleportieren kannst und mit dem anderen einfach... Ne, der Wegungsbereich ist... Ne, aber die... Der Wirkungsbereich ist einfach nicht das, wo die Survivor das auslisten, sondern von da, wo die, äh, Hacks ich hin porten kann. Ach so, das muss schon nicht statt, das, das, das... ...formiert sich so. Ne, das ist... So, das hab ich aber auch so verstanden wie Joey. Ja, ähm, da bin ich auch schon aufs... ...maul geflogen, was ich auch nicht gespielt habe. Äh, Matta, du kannst, äh, glaub ich, nochmal neue Zusätze auswählen, kann das... Ah ne, doch. Äh, ja, Zusätze musst du jedes Mal neu machen. Hast du Fähigkeitschecks, äh, weggemacht? Ach so, der ist grad ein PC. Äh, das ist meine Frage, soll ich weiter dabei bleiben, dass ich die Totems wegmache, oder... ...will das... Ja, aber das würdest du im Online auch nicht machen, ne? Was? Totems York. Ich mach, ich mach das tatsächlich, aber ich bin froh, dass ich es nicht machen muss, weil ich werde immer davon abgehalten. Momentan im normalen Game mache ich häufig sogar erst Totem Hand, bevor ich dann überhaupt an einen Gen rangehe. Okay. Weil sobald du halt ein Totem weg hast, äh, siehst du halt immer das halt entfernteste Totem, läufst dann in deine Richtung, guckst einmal kurz die Richtung ab und hast dann das nächste Totem weg. Und so, wenn die Person Huren spielt, ist halt Huren nach zwei Minuten weg und dann ist halt komplett... ...Mata, ich kann dir noch eine Sache bei der, äh, Werkzeugkiste empfehlen und zwar die Anleitungen. Dann musst du keine Fähigkeitschecks machen, solange... Ja, aber... Deshalb, wenn, dann lass ihn bei, äh, hier Tüftlerin oder wie das auch immer heißt, das Perk. Also klar. Und, äh, äh, ja Technikerin, lass ihn dabei, aber lass ihn die Fähigkeitschecks, dass er die machen muss. Okay, äh, Speedy, wollen wir starten oder was? Wir sind ja noch nicht bereit. Ach so, ich bin das wahrscheinlich. Ne, aber auch noch nicht. Ach, ja, guck mal. Der Killer ist auch leider noch nicht bei dir. Ach, Mensch, der Killer wieder, ne? Boah, hab ich gelegen. Ja, das fangen wir nicht nachher. Wenn wir jetzt gegen Nemesis oder Doktor spielen, ne? Ich alt F4 raus. Wieso sagt niemand mir was? Mach grad Skillcheck-Simulator. Was ist jetzt? Ja? So was gibt's? Hä, natürlich gibt's den. Hä, wo? Hä, Skillcheck-Simulator einfach. Hä, wo denn? Einfach im Internet oder was? Im Internet, ja. Ja. Hier gibt's extra für DVD. Ach so, der Killer ist wieder nicht bereit. Skipcheck-Simulator, what? Ja. Schön hier am Lagerfeuer, Leute. Schön entspannt. Tritts dich ans Lagerfeuer. Bis ins Lagerfeuer, Lied. Was mir da direkt auffällt, ist, dass, äh, der anders überträgt, wie in DVD, tatsächlich. Ja. Der ist so zögert da. So. Also in DVD, äh, greift er erst später, wenn du das triffst, zum Beispiel. Das merkst du nicht. Ja, aber der läuft auch nicht ganz so flüssig. Ich spiel gegen den Doktor. Ach, nö. Willst du jetzt wirklich Alt E4 machen? Alt E4 und der Zack gehört dir. Ich bin kurz davor. Ja. Der Doktor macht da noch mal wahnsinnig. Also Martha. Der Doktor ist einfach nur nervig. Joey, ich hasse dich. Ich hab den Freund zum ersten Mal online gespielt. Aber mit den Perks, äh, mit den Zusätzen weiß ich jetzt auch nicht so. Joey, ich hasse dich. Ich hab den komplett blank gespielt ohne Zusätze. Ja. Mit einem Perk. Äh, was macht der Doktor? Was? Worauf muss ich achten? Schockwellen. Okay. Er kann sogar eine Botenwelle machen, die ziemlich einen weiten Umkreis hat und dann findet er euch. Und die Botenwelle geht auch über mehrere Stockwerke. Ähm, ja. Klar. Auch wenn wir versteckt sind? Ja. Ja. Soviel ich weiß, ja. Äh, ne. Nicht in Schränken. In Schränken funktioniert das nicht. Ja, in Schränken. Ja. Deswegen hab ich vorhin den Eindruck gefunden. In Schränken nützt dir das Ding nix. So, jetzt dürftest du entweder selber aufgeschrien haben oder du hast gesehen, wie die anderen aufschreien. Ja, ich bin... Das war der Spannungsstoß. Das war die komische, äh, die Welle da, die komische. Das ist die perfekte Welle erst unten. Ach du Scheiße, der ist ja hinter mir. Ach, was für ein Müll. Ey. Ich hab... Keine Ahnung, wo ich bin. Äh, ja, komm, genau. Joey... Ne, nicht Joey. Mark? Hast du schon ein Totem gemacht? Äh, nein, hab ich noch nicht, aber ich weiß, wo welche sind. Wieso kann ich die Generatoren nicht, äh... Okay. Weil die weiß sind. Die sind blockiert. Wieso? Wie kann ich die entblockieren? Äh, die... Das dauert einen Moment noch. Da ist ein Totem, da ist ein Totem, da ist ein Totem, da ist ein Totem, da ist ein Totem. Okay, ich hab vier Totems gerade. Vier von fünf. Okay, eins wird gemacht, dann hab ich alle vier. Oh, hei, Mark. Hilfe! Ich laufe hier ganz genüsslich lang, auf einmal kommt da so ein Killer. Ja, ich bin auch von oben runter gesprungen, er hat mich verfolgt. Ja, finde ich nicht cool, bin ich ja ehrlich. Ist er noch hinter dir her? Oder hinter einem von euch her? Ach, das gibt's ja nicht, kann das nicht größer sein? Ach, Mann! Hi, Mark! Ach, du warst da jetzt drinnen, hab ich gar nicht gesehen. Scheiße, der Haggon war noch nicht ready. Das war... Meinst du, der hat doch bestimmt Barbecue, oder? Ja. Das ist nicht euer Ernst, der Breide liegt. Ja, ich saß dann direkt neben ihm. Ja, bin halt einfach liegen, äh, dran geblieben. Tank mag schon? Ne, nein. Ich hab ihn liegen lassen. Ich glaub, er wird mich auch nicht mehr aufheben. Ne, du bist zu weit weg, du hast schon zu viel gewickelt. Was ist mit, äh... Na, wobei du kannst hier direkt bei mir eine Tür aufmachen, okay, du hast den Haken direkt bei mir blockiert. Wo ist der? Er ist, äh, noch beim Hook. Ich hab dich mal... Ey, komm, Joy. Komm vorbei, heb mich auf. Nö. Warte. Ah! Äh, ich kann dich auch heilen, Jakob, wärst du mir nur hinterhergelaufen. Ähm... Ja... Ach so, willst du mich auch heilen? Wo, wo bist du jetzt hin? Ich... Hab, äh, den Jen, den du gemacht hast. Ah, der ist oben gerade, ich seh das. Ich heile dich jetzt und Marc macht Jen. Äh, Martha, bist du auch an einem Generator? Nein, das ist er nicht. Nein, ich sterbe gerade, ich kann nicht reden! Panik! 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 Blanke Panik! Der ist auf jeden Fall unten und kommt jetzt in unsere Richtung langsam, aber wir ziehen durch. Das ist alle Wasser zu blöd nötig. Ja, das war unnötig. Ey, der ist noch ganz weit hinten, Rad. Der kommt jetzt da ums Eck gleich. Ah! Verdammt, siehst du mich? Okay, äh, ist... Martha, genau. Siehst du mich? Ja. Ich hab dich gesehen, ich hab dich, ich hab dich weglaufen sehen, den du umgedreht. Ja, dann bin ich umgedreht. Aber ich bin noch extra hier um die Ecke gerannt und dann wieder rein, damit ich dich verwirre. Das funktioniert überhaupt nicht. Gar nicht. Werde ich bei dir so... Werde ich bei dir so gelb angezeigt oder so? Oder irgendwie... Nee, ich hab dich weglaufen sehen. Ja, aber ich bin dann ja... Ja, gut, du bist ja nicht... Wo ist denn die jetzt hin? Willst du dich rein? Nein. Vielleicht... Da rein? Nein, auch nicht. Kontrollierst du gerade Schränke? Ja. Ah! Das gibt's doch nicht! Hahaha! Was läufst du mir entgegen? Äh... Martha, heil dich hoch! Ja, ich bin dabei. Wo ist denn Joy jetzt hin? Ich kann mir mit einer Hand die Stirn halten und mit der anderen kann ich klicken. Was? Sag mal, wenn du hoch geheilt bist oder wenn er dich aufgehoben hat. Ja. Ja. Eins von beiden. Ich sag's. Äh... Finde Hilfe! Ach, finde ich mal vom Nächsten neu! Ich brauch Hilfe! Ja, Mann, danke! War schon längst weg. Ich hab's nicht angezeigt bekommen, dass ihr den Runder Gold aufdienst. Ach, hat er dich jetzt... Ah, nee, du wurdest auch glauben, ne? Ach, das war... Ach, ihr könntest du was auch? Skillcheck nicht schaffen? Ich, ja, ich... Das rückt sich... Das rückt sich rückwärts. Ach, warum sind die denn jetzt rückwärts? Ahhhh! Das hat den Killer bei mir. Das verrückt mich, wenn die rückwärts sind. Das verrückt mich, wenn die rückwärts sind. Oben. Okay, sehr gut. Dann... Oh mein Gott, warum steht der hier? Wer? Hier steht mir mit der Killer. Ja, das ist auch zur Täuschung. Ja, oh mein Gott, das hat mich schon bestimmt dreimal in dieser Runde so hart erschrocken. Hallo, 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 hallo. Oh, Windung krieg ich grade ab. Wer von euch ist in meiner Nähe? Oh. Nein, ich bin hier nicht. Ah, du bist da. Warum steht der schon wieder hier? Äh, willst du nicht hier bei mir helfen vielleicht? So... Ja, okay. Oh, Maga, das hat dann ein Haar. Da quell die, oder? So fucking close! Wie close? Ja, ich wär fast rausgekommen. Äh, Maga, das hätt ich nicht gemacht, aber okay. Warum? Weil du Spuren machst. Du siehst mich nicht, Joey! Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen! Mhm. Aber ich hab Anna gesehen, da Dinge. Was ist denn los, Maga? Jeder für sich! Du hast einfach die Palette vor mir gezogen, Maga! Ja, sorry! Du hast mich einfach eingerichtet! Ja, sorry! Jeder für sich! Ich merk das schon. Wieso werd ich hier rot angeleuchtet? Äh, weil du... Äh, weil du... Ja, weil du... Du solltest weglaufen. Ich muss mich beruhigen. Ja, muss Matta auch. Bevor der überhaupt irgendwas machen kann. Äh, Matta, du musst outsnapen. Oder kann er mich vom Haken trotzdem weg? Nein, kann er nicht. Was, Versuch? Geht das? Stufe 3 kann ich outsnapen. L kann ich vom Haken. Bin wieder beruhigt. Da brauche ich auch einen Skillcheck für. Ja. Das sind ja welche. Ich halte so ein bisschen auf. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Ich bin weg. Was fand ich denn? Ach man ey, das ist doch zum Kotzen hier. Ich wollte den Schlag gehen. Kannst du mich? Ich versuche mich hier grad zu beruhigen ey. Oh Gott, ne. Das ist echt... Oh, ich kann schon mal durch. Ah, heilt ihr euch hoch? Also Matta, du? Ja. Oh, er spielt die Schocktherapie und heilt. Ja. Ach so, jo, hi. Los geht ihr. Gut, dass ich deinen Chat lese. Ja, einer muss uns ja machen. Ja. Ich bin hier... Ja, er muss das Spiel lernen und ich guck da. Dass ich runtergelaufen bin, zu euch könnt ihr eigentlich Mark verdanken. Aber warum? Entschuldigung, ich versuche mich hier grad zu beruhigen. Weil du bist grad runtergesprungen, als ich grad hochgelaufen bin. So hab ich... Was hab ich gemacht? Du bist runtergesprungen. Nein, ich saß... Ich saß da unten schon am Gen, als du hochgelaufen wirst. Eben, nicht. Ich hab's runtergesprungen gesehen. Nein, ich saß da unten am Gen. Als ich runtergesprungen bin. Als ich runtergelaufen bin. Als ich den... Du meinst grad grad gewonnen sah. Blut auf dem Bildschirm. Nein, ich sa... Ich bin nie runtergesprungen. Mhm. Wo war das dann? Ich bin die ganze Runde nicht einmal runtergesprungen. Jessie ist jetzt gerade runtergesprungen. Besseltreppe, meinst du? Ich? Ja. Jessie, bist du jetzt einmal runtergesprungen? Ja. Aber gut, dann... Äh, ja, komm, du musst dich selbst zielen, ne? Ja, hab ich gerade gesehen. Ah! Ja, wir schaffen gar nichts. Lass mich mich selbst heilen! Äh! Seid ihr... Ist... Ist Dings auch bei euch? Joey? Matta? Was? Da ist Matta. Hallo Matta! Was? Joey, hast du mich gar nicht gesehen? Nö. Oh, ich saß direkt neben dir, als du vorbeigelaufen bist. In dem Moment hab ich auch gesagt, lass mich... Ich bin gar nicht hier! Ich bin gar nicht hier! Ich bin gar nicht hier! Das ist ja Lassi durch Spuren. Matta ist dann am Hook. Nee. Matta ist dann am Hook? Ja, ja, der ist dead on Hook. Äh, Jakob, soll ich dir helfen? Der Lassi durch Blitzspuren, ne? Kann das sein? Okay. Okay. Mir ist nicht mehr zu helfen, Jessie. Okay. Ich lebe alleine mit deinem Problem. Mach ich schon! Matta, du bist... äh, dich am Hochheil? Klar! Aber du kriechst rum! Wieso weißt du das? Wieso? Das sehen wir! Das sehen wir, wo du lang kriechst. Aber ich weiß nicht, wo Joey gerade ist. Ob der bei ihm ist, oder nicht? Ähm... Oh, hi! Ich dachte, erst du wärst der Killer und hab mich ultra erschrocken. Äh, das Herzlochen mit Laura. Und laufen jetzt. Das ist das Reichen, dass ich kommen, oder? Muss ich mich jetzt wieder beruhigen? Nein. Ich bin jetzt beruhigt, weil du gerade auf dem Boden lagst. Naja. So. Nein! Nein! Das kann's doch nicht sein! Ich bin kein Jane. Lalalalala. Kann mir jemand sagen, wo er Jane ist? Wollte mich verarschen. Wollte mich verarschen. Aber... Er sagt jetzt, wo ist ein Jane? Da wo ich gerade dran sitze. Ja, schön! Wo sitzt du? Da, wo er gleich ist. Oh, ich hab Jack gefunden. Also, falls jemand zu mir kommen möchte hier. Jetzt müsst ihr ihn sehen können. Über die ganzen Möbel. Ja, ich seh's. Komm mal da zum leuchtenden Jane, Matan. Mhm. Ich bin auf dem Weg, aber mein Herz kloppt. Ja, egal. Ich hab das Gefühl der etwa, äh, also größeren Terror-Radius. Kannst ruhig ein bisschen schneller laufen. Jetzt wird's leiser. Ja, ja. Joey, du spanst's, Alter! Kannst ruhig rein. Eng geblieben! Was war im Spiel? Wo ist Joey? Hinter dir, Joey. Ah, nee, dann hinter dir. Ah, nee, dann hinter dir. Ah, nee, dann hinter dir. Nimmt er dich hoch? Nein. Nee, er kommt jetzt zu mir, glaub ich. Kann dir jemand laufen sehen? Hallo, Jakob! Schau mich! Lass mich doch mal reparieren. Matan, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin dead on hook. Lass mich, bitte. Matan kommt zu dem Aufrundlied. Matan kommt zu dem Aufrundlied. Matan kommt zu dem Aufrundlied. Nein, er ist wirklich dead on hook. Ey! Ich hab ja gesagt, bei Matan ist es eine Ausrede. Bei ihm geht's nicht. Ja. Das krieg ich nicht. Ja, tut er. Aber der Killer kommt. Achtung, lauf, 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 lauf. Hä? Ich dachte, das liebt er mir. Weil ich so rot geblinkt hab. Wieso blink ich denn so rot? Das ist schon ein Griller. Das ist so besser, deswegen. Dann müssen wir erst mal beruhigen, was? Ist der unten oder oben? Ääh, nichts, keine Ahnung. Warte, diese Skillchecks, die sind echt gut. Ach nö. Ach, hab ich ein Dammesweh. Bin ja nicht. Äh, ja. Ja, ich muss mich mal irgendwo beruhigen, aber hier ist überall der Killer. Ja. Äh, ne der ist gerade, du siehst es, wenn der den Mark gerade aufhängt, dann kannst du dich ruhig, also wenn der Mark gerade trägt, dann kannst du ohne Probleme. Mark sagt, wenn er nicht mehr bei dir ist. Es ist weg. Oh, man, erlaub mich doch nicht ruhig, versuch mich hier zu beruhigen. Ich kann mich hier gar nicht beruhigen. Ah, ich lass dich schon mal in Ruhe. Ah, das ist super toll. Hallo. Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht, hab ich den Skillcheck jetzt nicht gesehen. Leg mich doch am Arsch, geh weg. Geh, kusch dich, kusch dich. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Nein, 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 ey. Das kannst du doch nicht machen. Ich kriege sie weg, tschüss. Tschüss, ich will nicht mit dir mit. Ich will nicht. Hallo. Hör auf mich zu betatschen, das darf man nicht. Das ist Belästigung. Sexuellbelästigung am Arsch, Quatsch. Sexuellbelästigungspanda. Mal gucken, wo seid ihr jetzt? Scheiße, ich kann nicht gucken. Ich hoffe, mich holt noch jemand. Ja, hinten laufen welche. Hallo. Ah, hallo, Martha. Wo ist denn das Ding hin? Ich habe gerade noch so eine blöde Palette, ey. Ich passe nicht. Äh, ja, da musst du aufpassen. Äh, Perfekt Paletten inzwischen sind so gut wie gar keine Paletten. Martha ist wieder dead on hook, ne? Ich sag's nur. Ja, ich weiß. Ja, dann käme ich jetzt einfach. Willst du mich eben heilen? Reality. So, Martha, jetzt fühl dich aufgehangen. Ähm, Mori dienen. Nein. Ich habe keinen Mori dabei. Wie gesagt, fühl dich aufgehangen. Ja. Er ist genau hier über uns. Ist Horstel tot? Ja. Oh, es tut mir leid, Horstel. Tja. Joey! Max, ich habe ihn einfach verarscht. Ich habe gesagt, der ist genau über uns. Ich glaube, der ist dahin gelatscht. Ne, bin ich nicht. Ich habe gerade eigentlich hinterher. Hallo. Ach, ehrlich? Ja. Hallo, ähm, Martha. Hallo. Äh, wie kannst du mich denn immer treffen? Mann. Äh, das ist echt nicht mein Spiel, Leute. Sorry, aber das ist echt mein Spiel. Marc, bist du an und Jen? Nein. Ich will ein bisschen Elektrizität. Ah! Alter, ich bin gerade so hängig wie mich. Bin Light on Hook. Echt? Ich dachte, ich hätte dich nicht zweimal aufgegangen jetzt hast. Tatsache, es ist wirklich Light on Hook. Jetzt? Was machen wir jetzt? Wie ist das denn? Äh, hast du das geruttet gleich noch? Echt? Ja, aber dann muss Joey weggehen, damit ich ihn aufheben kann. Bekämmt. Bekämmt? Ich, ich hab dich gesucht gerade eben. Da hast du mich nicht gesehen? Nee. Das ist ja unglaublich, ey. Ich sehe sie meistens nicht. Wenn sie auf dem Boden liegen. Oh, nicht Wachpunkt. Jetzt hab ich die Luke suchen. Ich hab sie gefunden, ne? Ehrlich gesagt? Ich steh direkt vor, ja. Das ist natürlich doch für mich, ne? Ey, wie kann ich denn jetzt hier wegrennen? Ja. Ich glaub tot. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Oh, ey. Nein, lass mich raus. Lass mich bitte raus. Okay, ich mach... Hallo, bitte, bitte, bitte. Der lässt sich jetzt den Ausgang aufmachen zu dir und... ...bringt dich dann weg. Darf ich? Darf ich? Mach doch einfach. Wie du das schweißt. Ich hab doch gesagt, dass das passieren wird. Nein, bitte. Ich hab den Jungen schon verdichtet. Ja, es war mir klar. Ah, okay. Er trägt dich bis dahin. Drück er und lass sie rauskriechen. Du schütze die ganze Zeit er. Nee, musst du... Ist das wirklich er? Ja. 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 Oh, wär ich denn? Komm. Besser als ich. Ja. Machst du nix, ne? Ich hab kein einziges Totum, glaub ich, gemacht. Doch, eins. Ich hab auch keine ruhende Bike, ob diesmal. Schattakeeperungsverbewerbsbü Jar beads, hörbermit, ja bis zum Winter. Schzeug piegelmittel? Bes kan bei dir, ach, hier bitte. Gib mal, was du tätig ast historischer. Schuss, freu? Na dem, du verflland mich. Ja, aber als ich k einf Miami. Was den nerven, macht mich nicht? Bis zum第一個! Au re ref., wir draußen. Ku template, du nicht?